Ich hab noch ein paar Tage, bis sich mein ganzes Leben komplett ändert. Ich hab erfahren, ein Freund stirbt, vielleicht in Kürze, und ich will nicht, dass sowas passiert. Was auch immer geschieht, April lässt sich nicht aufhalten. Ich bestimme die Umstände, wie ich sterben will. Dieser Eingriff, als ich ihn bräuchte, wäre echt riskant. Aufgeben ist keine Option. Ich werde kämpfen. Chasing Life im Disney Channel Chasing Life im Disney Channel